Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Telefon während des Interviews ausschalten und weglegen. Und wenn Sie Parfum oder Eau de Cologne tragen, sollten Sie es nicht zu stark auftragen. Bitte denken Sie daran, dass es in fast jedem Büro jemanden gibt, der Düfte verabscheut, selbst angenehme Düfte. Vergewissern Sie sich, dass Sie den richtigen Namen Ihres Gesprächspartners kennen und achten Sie darauf, dass Sie diesen Namen während des Gesprächs zumindest gelegentlich verwenden. Wenn Sie ein Vorstellungsgespräch mit mehreren Personen führen, notieren Sie sich alle Namen, falls nötig. Den Namen einer Person zu verwenden, ist eine der grundlegendsten Möglichkeiten, eine Verbindung herzustellen. Und stellen Sie sicher, dass Sie die Person mit Ihren Namen ansprechen, wenn Sie das Gespräch verlassen. Das hinterlässt einen guten Eindruck. Zum Beispiel, Herr Mayer, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Frau Fischer und Herr Hartmann, es hat mich gefreut, Sie kennenzulernen. Schließen Sie Ihr Vorstellungsgespräch ab. Finden Sie heraus, was der nächste Schritt ist. Verlassen Sie ein Vorstellungsgespräch nicht, ohne sich bei Ihrem Gesprächspartner zu bedanken. Und verlassen Sie das Gespräch nicht, ohne herauszufinden, was der nächste Schritt ist. Wann werden Ihre Gesprächspartner eine Entscheidung treffen? Wird man Sie anrufen oder wie wird man Sie über das Ergebnis des Vorstellungsgesprächs informieren? Ist es in Ordnung, wenn Sie in der Firma anrufen, um nachzufragen? Wenn ja, wann können Sie dort anrufen? Nachfassen Lassen Sie sofort ein Dankeschön für die Gelegenheit zum Vorstellungsgespräch folgen. Ich empfehle eine Nachricht per Post, die handschriftlich verfasst ist, wenn es sich um eine kurze Mitteilung handelt oder getippt, wenn es eine längere Mitteilung ist. Von E-Mails rate ich ab, da sie zu leicht gelöscht werden können. Ich bevorzuge Notizblockpapier oder Dankeskarten, weil der Empfänger sie wahrscheinlich eine Weile aufbewahrt, bevor er sie entsorgt. Und wenn Sie per Telefonanruf nachfassen wollen, stellen Sie sicher, dass Sie den Gesprächspartner zu dem Zeitpunkt kontaktieren, den er Ihnen genannt hat, und versuchen, Sie in Erinnerung zu bleiben, ohne lästig zu werden.